Du bist der von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Juhu! Entferne den Energiekern, geh nach Century, töte die Bloodshops. Klasse! Hm, sehr schön. Ja. Wenn hier der Generator ist von dem Energiekern, wieso ist dann die Kuppel nicht zentral hier? Ja. Ja, also wieso ist die Mitte der Kuppel nicht hier? Guck mal, ein QR-Code. Hm? Kann man bestimmt scannen. Wenn der Höhe aufgelöst wäre. Wo? Na hier auf dem Tisch. Achso, da. Kann man bestimmt jetzt schon scannen. Und dann würde der... Kommt da bestimmt ein Shift-Code oder sowas. Ah, bestimmt. Mal gucken. Gut. Das sollte ein oder zwei Tage halten. Roland sollte uns Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chat. Jacef! Stehgefell ist gerade! Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir! Ist aber schön. Ja. Ist echt schön. Hoi, Feuerwerk! Private Jacef! Ich werde das Tor für sie öffnen. Das ist aber nett. Geht's allen gut? Jack hat keine Chance. Wir werden siegen. Der Widerstand braucht schon lange jemanden wie dich. Hä? Ach, jetzt macht er's. Kammerjäger. Im Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße. Ich meine... Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Irgendwer sonst nichts zu tun, ne? Nö... Ah! Sanctuary. Erbaut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der DAL-Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim! Sind wir endlich zu hause?! Ich glaub nicht, dass ich zu Hause bin. Ich glaub auch nicht. Oh, kacke. Du bist von Hyperion? Ich habe gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen, lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass. Moment. Da hänge mich einer mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast. Überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Aunts. Ach, du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Was? Du bist ein Einhorn. Ich bin ein Einhorn. Natürlich. Idiot. Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. Hahaha, B. Ich hab hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Was wollte das denn hier? Hat er das gerade aus seinem Arsch gezogen? Schein. Voll eklig. Alter. Okay, gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ritrock gegeben hab. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Einfach so. Eats, Gag. Eats. And die. And die. Auwe, die ersten Teibstoffzellen. Mit dem Tod. Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Und sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt ne Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt ihr quasi im Blut? Blut. Lustig. Witz, komm raus. Oh. Er traut sich nicht. Kann ich verstehen. Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Aridium. Cash ist was für Clowns. Okay. Rucksack. Lass mich nie mehr blicken. Oh. Was? Wie war der denn? Oh mein Gott, ein Kammerjäger hat mit mir geredet. Der wird wahrscheinlich sein Geld zurück. Was war deine fetteste Beute bisher? Meine war ein Löffel, den ich meinem Dad aus dem Auge zog, nachdem Jack ihn damit gekillt hatte. Fuck. Du bist das. Wieso hämmern die denn alle hier? Du machst mir irgendwie Angst. Angst, wie geht's? Ich mach hier irgendwie Angst. Sicher? Ich war mal ein Millionär, weißt du? Mir hat die Atlas Corporation gehört. Ich hab alles verlor. Schön, dich kennenzulernen. Toll. Toll. Willst du mich ausrauben, ne? Wenn ja, dann mach hin. Nein, ich bin kein Bier. Komische Menschen. Echt komische Menschen. Trinkgeld geben. Tausend. Hallo? Hallo, Hübschen Lady. Keine neuen Jobs. Schade. Ich seh dir so gern bei der Arbeit zu. Schon klar. Die hab ich dann hier arbeiten sehen. Aber okay. Ja eben. Das ist der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich das Southern Shelf verlassen und mich wieder der Arbeit an meinem Alma nach widmen. Würdest du mir dabei helfen? Nein. Okay. Hallo, Söldner. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Bulli-Mong. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Alma nach in den Druck geht. Such ein paar Bulli-Mong-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Ah. Na klar. Ich suche hier Bulli-Mong-Haufen. Ich habe wenigstens Besseres zu tun, als in Scheiße zu rühren. Ne, haben wir nicht. Echt nicht. Eine ganz große Klasse. Komm mal her. Viel Spaß damit. Watt denn? Kann ich ja mal einen von meinen 56 goldenen Schlüsseln nutzen. Ja. Kannst du mal machen. Schöööööööö. Entfügt Nahkampffangriffen und Elektro-Spikeschaden zu. du kannst mich nicht stoppen ich würde spruchst du super willst du den anderen machen wir gleich noch mal auf ich mache und ein sniper sehr aus wie ein mg 22 schuss aber noch mal noch ein sniper und ein mg aber noch mal also ich wer fragt woher wir die ganzen codes haben für die schulden schlüssel das sind die schiff codes die app von der fs3-version noch sind die funktionieren alle noch da sind schild den will ich nicht haben wir sehen den rechten oder linken weiß nicht der eine hat verdammt viel kapacität aber sinkt meine lebensenergie doch mal kann hatten zweimal die selten schläge doch nicht zweimal dieselben aber sind schlechte kannst du bei der haben kannst du verkaufen die sind echt schlechter naja muss man gucken ich glaube es steigt irgendwie pro level oder so die schaden hängt ja vom level ab 314 und der andere macht 1100 902 explosionsradius ist bei der anderen höher die ich gerade geholt habe 58 brandschaden ja gut 28 band wie die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hat ein Rack gefressen, sein Vater hat ein Spider-Ant gefressen. Sein Opa hat ein Krabbenwurm gefressen? Alter! Ich weiß nicht, ich stelle die Frage jetzt an.